Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um Objektive. Und zwar, was ihr alles beachten solltet, bevor ihr euch ein neues Objektiv kauft. Die meisten von euch, die sich eine Kamera gekauft haben, werden das Ganze mit Sicherheit in einem Kit-Objektiv gemacht haben. Das heißt, ihr kauft die Kamera und habt passend dazu schon ein Objektiv. In meinem Fall war es hier Canon EOS 700D mit einem Kit-Objektiv 18-55mm. Kann man super mit einsteigen, kann ein paar tolle Fotos schon mitmachen, aber man wird schnell feststellen, dass da natürlich das Ganze begrenzt ist. Durch die Brennweite 18-55mm. Das heißt, als nächstes steht natürlich eine Anschaffung an, es muss ein neues Objektiv her. Jetzt gibt es aber hier einige Sachen zu beachten, um eben nicht ein falsches Objektiv zu kaufen. Denn man sollte eigentlich ja denken, Canon, ich habe eine Canon-Kamera, kann ich mir auch ein Canon-Objektiv kaufen? Aber das ist leider nicht so. Ich habe es gerade wieder an einem praktischen Beispiel gesehen. Ein Freund hat mir einen Link geschickt und hat mich gefragt, guck mal, super Objektiv, was hältst du davon, soll ich mir das kaufen? Dann habe ich festgestellt, dass das Objektiv gar nicht zu seiner Kamera passt. Hat er nicht darauf geachtet, sondern hat erstmal nur auf den Preis und auf die Brennweite geachtet, die für ihn interessant war. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt. Und zwar gibt es verschiedene Anschlüsse, sogenannte Mounts an den Kameras, auch Kamera intern, also Hersteller intern. Das heißt, bei Canon hat nicht jede Kamera auch den gleichen Anschluss, den gleichen Mount. Der Mount ist hier der Anschluss, an den ihr euer Objektiv quasi an eure Kamera anschließt. Bei Canon gibt es zum Beispiel mal bei den APS-C Kameras ist das der EFS-Mount. Der ist gekennzeichnet durch ein weißes Viereck. Das weiße Viereck befindet sich in der Regel immer auf eurem Objektiv und auch hier vorne an dem Mount. Das seht ihr also sehr gut. Nochmal optisch passt das Objektiv auch hier an meine Kamera. Da gibt es Vollformat-Kameras von Canon, die haben einen EF-Mount, auch gekennzeichnet, ist ein roter Punkt drauf und auch an der Kamera vorne am Mount gibt es dann ebenfalls einen roten Punkt. Da gibt es zum Beispiel auch schon wieder Unterschiede, denn ihr könnt ein EFS-Objektiv zwar an eurer APS-C Kamera nutzen, aber nicht an einer Vollformat-Kamera. Ihr könnt hingegen die Vollformat-Objektive von Canon, also die EF-Objektive, auch an den meisten APS-C Kameras mit dem EFS-Mount nutzen. Auch das gekennzeichnet hier vorne wieder am Mount und zwar haben wir hier bei der 700D einmal einen roten Punkt für die EF-Objektive und auch wieder dieses weiße Viereck für die EFS-Objektive. Muss man sich also mal kurz mit beschäftigen und das auch wissen. Zur Not nochmal ins Handbuch gucken, was passt bei mir. In der Regel ist es bei Canon wirklich sehr einfach. APS-C Kameras haben EFS-Mounts, Vollformat-Kameras haben EF-Mounts und ganz neu jetzt bei den spiegellosen Systemen ist ja der RF-Mount. Der hat keinen Kreis und keinen Viereck, der hat jetzt so einen senkrechten roten Strich. Man kann bei Canon zum Glück die alten RF-Objektive, also die Vollformat-Objektive auch an der neuen RF nutzen. Dafür braucht man allerdings einen Adapter, muss man sich dann nicht sofort alles neu kaufen. Also ihr seht, trotz eines Herstellers, eines Markenherstellers, heißt das nicht, dass jedes Objektiv auch an die Kamera passt. Das gibt es nicht nur bei Canon so, das ist auch bei Sony so und anderen Herstellern. Die verwenden wirklich unterschiedliche Mounts und da müsst ihr dann wirklich mal darauf achten, bevor ihr euch überhaupt ein Objektiv anschaut. Passt das zu meiner Kamera, kann ich es nachher an meiner Kamera auch verwenden. Es gibt natürlich auch Qualitätsunterschiede, die EFS-Mounts sind natürlich für einen APS-C-Sensor. Das heißt, Verarbeitung ist manchmal einfacher, Linsen sind sehr gut da drin, aber ihr habt zum Beispiel den Anschluss hier bei meinem Kit-Objektiv 1855mm, ist hier zum Beispiel der Anschluss einfach nur aus Plastik. Das heißt, lange Lebensdauer, naja, muss man mal sehen, wie lange das Ganze hält. Währenddessen natürlich hier so ein Vollformat-Objektiv, hier habe ich ja zum Beispiel mal ein ganz neues mit einem RF-Mount, da habt ihr natürlich hier den Anschluss für den Mount komplett in Metall. Das lässt natürlich immer in der Regel auf eine lange Lebensdauer schließen. Das ist schon mal Punkt 1, grundlegend, worauf ihr achten müsst, wenn ihr euch ein neues Objektiv anschaut, erstmal damit liebäugelt, passt es überhaupt zu eurer Kamera. Und dann ist natürlich, wie gesagt, Objektive kosten natürlich schon mal richtig Geld. Also ein Objektiv kann man gut und gerne auch mal vielleicht das Doppelte davon ausgeben, was der Kamerabody gekauft hat. Und da sollte man sich im Vorfeld natürlich im Klaren drüber werden, was brauche ich überhaupt. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Objektiven. Es gibt Festbrennweiten, da habt ihr eben keinen Zoombereich, sondern ihr habt eine feste Brennweite. Und es gibt Zoom-Objektive. Hier zum Beispiel Vollformat-Objektiv für Canon, ist ein anderer Hersteller, zum Beispiel von Sigma, hat aber auch den gleichen Anschluss. Das sieht man auch hier dann an der entsprechenden Markierung. Also auch Fremdhersteller, Dritthersteller markieren ihre Objektive entsprechend, damit du sehen kannst, okay, passt das von der Markierung her. Musst gar nicht lesen, was das ist. Es steht natürlich immer in der Beschreibung mit bei, für welche Kamera. Aber man kann es optisch schon sehr gut erkennen. Da gibt es Zoom-Objektive. Wie gesagt, 24, 105 Millimeter habe ich zum Beispiel hier. Ist ein guter Allrounder. Oder es gibt auch Tele-Objektive, die sind dann hier ein bisschen größer. Da kannst du weiter mit reinzoomen. 70, 200 Millimeter hier zum Beispiel. Oder auch 70, 300 Millimeter. Und alles ist für einen anderen Anwendungsbereich. Und alles kostet richtig Geld. Das heißt, du solltest dir von Anfang an gleich klar darüber werden, wo geht deine Reise in der Fotografie hin, wenn du nicht gleich 5, 6 Objektive kaufen möchtest. Als Empfehlung, wenn du Landschaftsfotograf bist, wenn du vier Landschaften fotografierst, du sagst, Mitmenschen kann ich eh nicht so, dann solltest du überlegen, dir vielleicht sogar nur eine Festbrennweite zu kaufen. Denn Festbrennweiten sind im Gegensatz zu Zoom-Objektiven eigentlich, ich sage mal vorsichtig, die besseren Objektive. Denn du wirst mit einer Festbrennweite, das habe ich festgestellt, im Endeffekt immer so ein bisschen besseres, schärferes, tolleres Foto bekommen. Liegt natürlich daran, dass bei einer Festbrennweite keine Linsen sind, die sich gegeneinander verstellen, sondern es ist alles fest montiert und es ist genau abgestimmt. Bei einem Zoom-Objektiv ist es ja so, dass ihr mit Veränderungen der Brennweite sich mehrere Linsen, die hier angeordnet sind, verschieben und dann haben Zoom-Objektive immer in bestimmten Bereichen der Brennweite so ihre Schwächen. Die sind nicht von vorne bis hinten wirklich immer gleich gut, das ist einfach so, das ist auch bauartbedingt. Das hat auch bis jetzt kein Hersteller wirklich zu 100% hinbekommen. Das heißt, musst du dir auch im Klaren darüber sein, du wirst kein super schlechtes Foto erhalten, das ist Quatsch, aber du wirst mit einer Festbrennweite, hast immer das knackigste und beste Ergebnis, so habe ich das festgestellt. Und dann musst du dir eben im Klaren werden, was brauchst du? Brauche ich ein Weitwinkelobjektiv, weil ich nur schöne Landschaften aufnehmen will? Brauche ich vielleicht ein 14mm Objektiv? Oder möchte ich vielleicht viel filmen mit meiner Kamera? Da empfiehlt sich zum Beispiel 35 oder 50mm von der Brennweite. Oder gucke ich gerne zur Nachbarin über den Gartenzaun? Nein, Quatsch. Gucke ich, keine Ahnung, möchte ich Vögel fotografieren? Oder möchte ich Planespotting machen? Dann brauchst du natürlich nichts Weitwinkeliges, sondern du brauchst ein Tele mit richtig schönen Brennweite, damit du den Flieger richtig schön dicht ranholen kannst. Und das sind alles Sachen, die musst du vorm Kauf erstmal für dich selber durchgehen. Mach dir mal so eine Checkliste. Was fotografiere ich einfach? Guck vielleicht mal deine letzten Fotos durch. Wo liegt jetzt quasi der Schwerpunkt bei dir in der Fotografie? Was fotografierst du wirklich? Wirklich nur Landschaften? Oder arbeitest du viel im Telebereich? Und arbeitest du vielleicht nur mit Porträts? Du fotografierst nur deine Kinder etc. Und dann kannst du anfangen auszusortieren. Was für ein Objektiv brauche ich eigentlich wirklich? Denn sonst wirst du schnell anfangen. Du kaufst irgendeine Festbremnweite, findest die die ersten 2-3 Monate total super und denkst dann, ja, aber so richtig ist es doch nicht, was ich wollte. Man kann Objektive gut weiterverkaufen. Sie haben nicht so einen starken Wertverlust wie Kamerabodys. Aber es ist halt doch schade, wenn du es kaufst und dann stellst du fest, eigentlich so richtig brauchen tue ich es ja doch nicht. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede im Preis bei den Objektiven. Selbst bei gleichen Objektiven, also vermeintlich gleichen Objektiven, Canon zum Beispiel, gibt es ein Teleobjektiv 70-200mm. Das gibt es einmal in einem erschwinglichen Preissegment und dann einmal in einem vermeintlich sehr teuren Preissegment. Und dann denkt man, wo ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied liegt dann in der Regel an der Blende. Das heißt, das günstigere Objektiv hat dann nicht so eine, da kannst du die Blende nicht so weit öffnen. Bei Canon ist es zum Beispiel so, dieses 70-200, das hat zum Beispiel eine Blende 4 und das teurere davon, 70-200, da hast du dann eine Offenblende 2.8 durchgehend über alle Bereiche. Da muss man sich natürlich auch überlegen, brauche ich wirklich Blende 2.8? Das kann man ganz einfach mal testen, indem man auch mal die letzten Fotos durchschaut und mal so guckt, was fotografiere ich überhaupt. Fotografierst du natürlich viel bei schwierigen Lichtsituationen, da ist es natürlich besser, mehr Offenblende zu haben. Aber Offenblende hat natürlich auch den Nachteil, dass du schneller eine größere Unschärfe im Hintergrund bekommst. Und auch das ist nicht immer gewollt. Das heißt, du blendest dann vielleicht sowieso mit deinem Objektiv Blende 2.8 ab auf Blende 4 oder machst die Blende sogar noch weiter zu und dann macht es wenig Sinn, sich ein teures Objektiv mit Offenblende 2.8 durchgehend zu kaufen, wenn du doch sowieso nur in Blende 4 fotografierst. Wenn du zum Beispiel Sportveranstaltungen fotografierst, die nur Indoor sind, dann bietet es sich natürlich an, wenn ich eine kleinere Blende habe. Also Blende 2.8, ich kann offenblendiger fotografieren, das heißt, es kommt mehr Licht ins Objektiv, dann bekomme ich natürlich die besseren Ergebnisse beziehungsweise muss nicht mit so einem hohen ISO fotografieren. Wenn du aber zum Beispiel den Fußballverein deines Kindes fotografierst und ihr seid nur draußen auf dem Platz, schönes Wetter, kommst du auch mit Blende 4 super hin. Macht ein Preisersparnis bei Canon, das kostet fast die Hälfte des Vierer. Also da muss man auch nochmal überlegen und das ist mit allen Objektiven so. Die meisten Objektiven gibt es mit verschiedenen Blendenmöglichkeiten, das heißt offenblendiger oder eben nicht so offenblendig, also lichtstärker oder nicht so lichtstark. Und auch da musst du eben gucken, was brauche ich eigentlich wirklich? Wenn ich nur draußen bin bei schönem Wetter, ich fotografiere nur im Urlaub, brauchst du keine Offenblende 1.8, 1.4. Das ist einfach so. Wenn du viel Astrofotografie machst, hast eine weitwinkelige Linse, dann musst du offenblendig fotografieren, denn du musst viel Licht anfangen. Da musst du dann ein bisschen mehr Geld ausgeben. Das sind so die Sachen, auf die ihr auf jeden Fall achten müsst, um eben nichts Falsches zu kaufen. Mir ist es auch am Anfang so gegangen, dass ich, ihr seht es auch hier, sind noch ein paar Sachen, die nur stehen. Da sind auch Objektive bei, die ich wirklich fast so gut wie gar nicht benutze. Immer mal wieder, aber eben gar nicht. Da gibt es ein anderes Objektiv, was dieses eine Objektiv eben ersetzt oder einfach überflüssig macht. Und da ist es wirklich wichtig, wenn ihr nicht, so wie ich, viele Objektive rumstehen haben möchtet, dass ihr von Anfang an gleich mal guckt, was brauche ich überhaupt? Und vor allem passt es an meine Kamera. Und wenn ihr euch das, macht euch wirklich mal einen Zettel Pro und Contra, was brauche ich und passt es und wie ist der Preis, dann könnt ihr losziehen und euch ein neues Objektiv kaufen. Und dann werdet ihr auch lange Freude damit haben und nicht schon, wie gesagt, in einer kurzen Zeit vielleicht ertäuscht sein, weil es gar nicht für den Einsatzgebiet taugt, wie ihr euch das Ganze vorgestellt habt. Vielleicht habt ihr ja selber schon mal einen Fehlkauf beim Objektiv gemacht, dann lasst mir dafür doch gerne mal einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr einen falschen Anschluss gekauft oder die Brennweite war im Endeffekt dann doch gar nicht so für den Zweck tauglich, den ihr euch vielleicht vorgestellt habt. Dann lasst mir, wie gesagt, dazu gerne mal einen Kommentar da. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen und vor allem auch weitergeholfen hat, dann gerne fürs Video einen Daumen hoch und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.